Ich freue mich, dass wir hier unsere Studie präsentieren können, die sich ja mittlerweile schon, glaube ich, ganz gut verbreitet hat. Für diejenigen, die lieber so etwas Ausgedrucktes und Gebundenes mitnehmen wollen, die kann man im Nachhinein gegen einen kleinen Obolus bei mir auch erstehen. Ich fange einfach mal an zum Klaus-Novi-Institut. Der ein oder andere wird den Namen in dieser Gemeinwirtschafts- und solidarischen Ökonomiediskussion auch schon gehört haben. Klaus-Novi ist ein Wirtschaftswissenschaftler gewesen, der sich vor allen Dingen mit Genossenschaften und Wirtschaftsdemokratie auseinandergesetzt hat. Das Klaus-Novi-Institut ist sozusagen mit Sitz in Köln, aber kein universitäres Institut und auch kein An-Institut, sondern Klaus-Novi hatte seinen Lebensmittelpunkt in Köln. Von daher hat er versucht, seine Projekte zum Teil halt neben dem universitären Bereich dort auch anzusiedeln. Unser Ansatz, wir sind ein ganz kleines Institut mit derzeit sechs festangestellten Mitarbeitern. Unser Ansatz ist, Brücken zu bauen zwischen Forschung und Praxis. Ich hoffe, das merkt man so ein bisschen, wenn wir die Ergebnisse unserer Studie auch präsentieren, dass sie nicht sich sozusagen im luftleeren wissenschaftlichen Raum im freien Schweben bewegt, sondern auch Anleitungen für die Praxis ein Stück weit geben soll. Arbeitsbereiche bei uns sind Arbeit und Umwelt, würde man heute modern sagen Nachhaltigkeit. Dann die soziale Nachhaltigkeit, das heißt sozusagen die Rahmenbedingungen für bestimmte Gruppen, die in dieser Gesellschaft nicht so zum Zuge kommen zu beleuchten. Der Bereich Bauen und Wohnen ist natürlich mit der Genossenschaftsthematik auch verbunden. Und daher kommt auch das Institut von der Entstehung, Förderung und wissenschaftliche Begleitung von Genossenschaften, ist sozusagen ein Kernanliegen des Instituts. Und wir machen aktuell, halt nur um ein, zwei Projekte zu nennen, für das Umweltministerium eine Studie, wo die Potenziale von Energiegenossenschaften, die ja seit der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes doch einen Boom erleben in der Bundesrepublik, die untersuchen wir und versuchen dort die Potenziale der Weiterentwicklung und auch das, was sozusagen drumherum ist, an Unterstützungsstrukturen in den Blick zu nehmen. Ja, kommunaler Klimaschutz ist ein Thema, da arbeiten wir halt auch in einzelnen Gemeinden, vor allen Dingen kleinen Gemeinden, die wir ein bisschen versuchen in dieser Richtung zu beraten und vielleicht auch ein bisschen anzuschieben. Die Studie habe ich eben schon hochgehalten, warum haben wir das Ganze gemacht oder was sind die zentralen Fragestellungen? Belegschaftsübernahmen sind für uns oder aus unserer Sichtweise auf jeden Fall eine Alternative zur Schließung von Unternehmen und zur Freisetzung der Beschäftigten. Das steht zwar hier noch mit einem Fragezeichen, aber ich denke, diesen Schritt zu gehen, ist auf jeden Fall besser als Beschäftigte freizusetzen. Und wir wollten mit dieser Studie herausbekommen, positive, negative Faktoren, die für das Gelingen und Scheitern von Übernahmen von Betrieben durch Belegschaften sozusagen auftauchen, rechtliche, finanzielle Rahmenbedingungen der ganzen Geschichte untersuchen, halt an Fallbeispielen, das ist eine Literatur- und Fallbeispielstudie, Akteure und ihre Rollen beleuchten, die Ziele und Erfolgsfaktoren der Übernahme herauskristallisieren und am Schluss Handlungsempfehlungen zu geben. Das entspricht auch so ein bisschen dem, was wir hier als Gliederungsstruktur für unseren Vortrag haben. Der wirtschafts- und gesellschaftspolitische Kontext, der ist ja heute Morgen schon relativ intensiv diskutiert worden in Fragen von Wirtschaftsdemokratie, auch Finanz- und Wirtschaftskrise. Da ist halt für uns ein entscheidender Faktor die Zahl der Insolvenzen in der Bundesrepublik und nur auf die Bundesrepublik bezieht sich ja unsere Studie. Die setzt sich fest auf einer Zahl von 30.000 bis 40.000, also schwankt auf einem recht hohen Niveau und das sind immer 10, also man nennt eine Insolvenzquote die Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen und die liegt in der Bundesrepublik im jährlichen Schnitt immer über 10%. Also man sieht, da ist einiges sozusagen, was ansteht und wo der Schuh drückt. Und die Schließung von Betrieben ist Insolvenz, die eine Geschichte, Ursachen dafür sind Managementfehler, die Shareholder-Value-Logik, aber auch ein großes Thema ist die Nachfolgeproblematik in Unternehmen, gerade in handwerklichen Betrieben, die Übergabe an die nächste Generation, wo die jungen Leute halt nicht in diesem Bereich ausgebildet sind, das nicht machen wollen und auch da kommen natürlich Belegschaften und Mitarbeiter als diejenigen in Frage, die sozusagen an die Stelle des alten Handwerkschefs treten und möglicherweise auch an den im Handwerk nicht gerade partizipativen Strukturen was ändern. Größere gesellschaftliche Offenheit für Übernahmen, das ist ein Stichwort, wo ich sagen würde, das ist eine Frage, die wir festgestellt haben, die sich immer wieder in Konjunkturen bewegt, also Belegschaftsinitiativen und die Offenheit für Übernahmen, je intensiver die Wirtschaftskrise ist, desto stärker wird daran diskutiert. Ich habe die Endphase der Diskussion heute Vormittag zumindest mitgekriegt, dass es da tatsächlich auch diese Logik gibt, dass viel an Know-how eigentlich da ist und dass das aber auch immer nur abgerufen wird, wenn der Gang quasi schon zu spät ist. Also das ist auch, denke ich, was die Kerstin gleich vielleicht noch vortragen wird, eine Schwierigkeit bei diesem ganzen Belegschaft zu übernehmen, dass wir es halt mit Wirtschaftsunternehmen zu tun haben, denen das Wasser bis zum Hals steht und wo die Spielräume dann relativ gering sind. Ja, wissenschaftlich, wie wir vorgegangen sind, wir haben definiert natürlich, was wir unter Belegschaftsbetrieben verstehen, sind dann auf den Kollegen Bierbaum und eine alte Studie gestoßen, Betriebsübernahme durch die Belegschaft wird verstanden, wird als Betriebsübernahme durch die Belegschaft verstanden, Belegschaftsbetriebe, Entschuldigung, und es gibt eine aktuelle Definition, die wir gefunden haben vom DGB in Nordrhein-Westfalen. Der Zweck der Belegschaftsinitiative ist die Absicht, sich an der Fortführungsgesellschaft kapitalmäßig zu beteiligen und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Betriebe, die eine Belegschaftsübernahme anstreben, bei der die Belegschaft das Unternehmen selbst verwaltet, weiterführt oder mit strukturellen Einflussmöglichkeiten beteiligt wird. Das sind die, die wir uns angeschaut haben, nicht relevant für uns waren, reine finanzielle Beteiligung, ohne dass damit eine Mitsprache und Einflussmöglichkeit der Beschäftigten einhergegangen wäre. Ausgewählt haben wir das Ganze, also unsere sechs Fallstudien, haben versucht, so einen Schnitt der Bundesländer hinzukriegen, also zumindest die neuen Bundesländer mit ihren Besonderheiten dazu berücksichtigen, die Betriebsgrößen so ein Stück weit unterschiedlich anzusetzen. Wir haben gesagt, der Erfolg und Status ist wichtig. Also man kann aus nicht umgesetzten oder gescheiterten Initiativen genauso viel lernen wie aus den umgesetzten. Die Rechtsform sollte eine Rolle spielen, wobei wir da nicht von den Potenzialen und Möglichkeiten alles gefunden haben. War zum Beispiel auch keine Genossenschaft dabei oder auch kein Verein. Und bei diesem Zeitraum, da kann man feststellen, dass es wirklich so eine Konjunktur der ganzen Geschichte gibt. Gut, also das sind jetzt, genau, das sind die Fallstudien im Überblick. Da kurz was zuzusagen, glaube ich, das spare ich mir jetzt. Also das kann man schön in der Studie nachlesen. Man sieht halt, dass die ersten, also in 83, 84 die ersten Fälle schon quasi historisch sind. Was ich vielleicht erzählen kann, dass diese AN-Umwelttechnik, dass das auch eine ehemalige Freud-Niederlassung in Bremen gewesen ist, die sich im Zuge von Rüstungskonversion umentwickelt hat, als Belegschaftsinitiative versucht hat, in Umwelttechnik und nachhaltige Güter da Verfahren zu entwickeln und in diesem Markt aktiv zu werden. Und die haben das auch mit einigem Erfolg gemacht, also haben zumindest einen großen Teil der Belegschaft auch weiter beschäftigt. Mittlerweile ist die Sparte, die dort übrig geblieben ist, eine Siemens-Tochter geworden, aber der Beschäftigungsstand ist adäquat geblieben und die haben sich halt spezialisiert auf Windenergie-Technik. Das wäre jetzt so ein kleines Beispiel, wo man sagen kann, naja, die haben nicht selbst verwaltet weitergemacht, aber unter so einem Kriterium wie Arbeitsplatzerhalt und den Umstellungen auf eine, denke ich mal, anstrebenswerte, nachhaltige Technik ist da das auch als Erfolgsbeispiel zu nennen. Ja, Kerstin, da. Ganz kurz eine Zwischenfrage stellen zur Präzisierung, weil du sagtest, die Insolvenzen werden pro 1.000 gemessen und dann hast du gesagt 10%, also 100 von 1.000, 10% oder 10 von 1.000? Moment, ich habe mir die Unterlage extra rausgesucht, und nicht, dass ich da irgendwie was Falsches sage. Also sind bundesweit, was ich im Kopf habe, sind es 32.000 bis 40.000, also einem Höhepunkt, der in den, wo habe ich die? Also die jährliche Insolvenzquote. Ja, ja, genau, das ist die jährliche Insolvenzquote. Ja, dann dürfte die bei 10% liegen, nehme ich an, weil die lag früher immer so bei 6.000. Genau, also der Höhepunkt der ganzen Insolvenzgeschichte, der lag zwischen 2001 und 2005. Da waren es also fast bis zu 40.000 Insolvenzen in der Bundesrepublik und diese Insolvenzquote meinte Insolvenzen je 1.000 Einwohner. Ah, je 1.000 Einwohner. Quatsch, 1.000 Einwohner. 1.000 Unternehmen, 1.000 Unternehmen. Und da ist die Quote halt immer über 10%. Also mit dieser Spitze in den Jahren 2001, 2005 bei über 13%. Ja, auch von mir aus vielen Dank für die Einladung. Ich gehe jetzt mal weiter. Wir haben bei den Fallbeispielen hauptsächlich gearbeitet aufgrund von langen Interviews, die anschließend ausgewertet wurden. Also Leitfadeninterviews, also nicht festgelegte Fragen, aber Leitfäden halt. Und ich muss sagen, dass ich mich besonders darüber gefreut habe, mit welcher Energie und Begeisterung zumindest die, die ich interviewt habe, über ihre Geschichte erzählt haben. Und allein das, sage ich mal, ist schon Motivation genug. Und es wäre sicherlich wichtig, bei anderer Gelegenheit auch Leute direkt einzuladen, die sozusagen solche Projekte mitorganisiert haben oder selber noch in einer Initiative sind. Ja, wir haben bei der Umsetzung es mit zahlreichen Akteuren natürlich zu tun. Auf der einen Seite Belegschaft, Betriebsrat, Gewerkschaft. Dann aber je nachdem, also in unterschiedlichem Maßstab auch Öffentlichkeit, Medien. Also das, was die Medien darüber berichten, ist ja immer sehr wichtig, ob sie das positiv aufnehmen oder negativ aufnehmen. Aber natürlich hat die Politik auch einen großen Einfluss, ob ein Projekt umgesetzt werden kann. Außerdem hilfreich eben die externe Beratung. Und was in letzter Zeit, denke ich, eine zunehmende Bedeutung bekommen hat, ist die Insolvenzverwaltung. Und eine zentrale Rolle spielen, glaube ich, in allen Fällen die Banken beziehungsweise die Finanzierung der Projekte. Wir haben dann geguckt, was hatten denn die Betriebe oder die Initiativen eigentlich für Ziele. Und also ausgegangen wird ja davon, zumindest in der linken Diskussion, dass automatisch auch Ziele wie Wirtschaftsdemokratie angestrebt werden oder je nach Fall auch alternative Produktion, Konversion. Aber das, was man doch, glaube ich, feststellen kann, ist, dass das erste Ziel erstmal der Arbeitsplatzerhalt ist und dass dann möglicherweise andere Formen dazukommen. Wobei aber man auch feststellen kann, je nachdem, wie der Kampf verläuft, ist es einfach eine Politisierung der Belegschaft und eine Entwicklung auch dieses Prozesses. Auf der anderen Seite stellen sich viele auch vor, dass so etwas wie eine Genossenschaft gegründet werden soll. Das haben wir jetzt so nicht bestätigt bekommen, dass das unbedingt angestrebt wurde, sondern dass einfach auch sehr kreativ, denke ich, verschiedene Gesellschaftsformen entwickelt worden sind. Und das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Also ich komme eben auch aus dem Bereich Wohnprojekte, wo eben auch sehr unterschiedliche Formen und die Genossenschaft eine unter anderem ist, wobei es bei solchen Projekten wahrscheinlich mit der Genossenschaft noch einfacher ist als bei Betrieben. Ja, die Finanzierung, wie gesagt, ist die Achillesferse. Das heißt, man braucht von externen Kreditebürgschaften, da spielen die Länder oft eine zentrale Rolle. Das heißt, ist die Landesregierung dafür, dagegen, so etwas zu unterstützen. Aber auch die Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderungsinstrumente, können eine wichtige Rolle spielen. Dann können auch interne Finanzierungsinstrumente, das heißt, was die Belegschaft selber einbringt, das kann der Kauf von Anteilen sein, aber auch immaterielle Formen, wie ich verzichte oder ich arbeite mehr, ohne dass ich dafür bezahlt werde, zum Beispiel, ist vorgekommen. Oder auch sogar bis hin zu privaten Krediten und natürlich auch Spenden, die dann aber in der Regel aus der Bevölkerung kamen. Ja, das Konkurs- und Insolvenzrecht, wie gesagt, ist halt auch geändert worden und da können wir, glaube ich, feststellen, dass es immer noch nicht ausreicht, dieses Insolvenzrecht, sondern dass das auch noch weiter verändert werden muss. Wir haben dann geguckt, welches sind jetzt die positiven Faktoren, damit ein solches Projekt gelingt. Und da kann man sagen, dass natürlich die erste Voraussetzung ist, dass es kein Investor ist, der dieses Unternehmen haben will und damit dann sozusagen ja, konkurrenzlos erstmal dasteht, weil in der Regel das der erste Wunsch ist, der auch oft von der Belegschaft geäußert wird, nämlich, dass der Betrieb von anderen weitergeführt wird, wobei natürlich, wenn es jetzt sich um einen Finanzinvestor handelt, heute da doch kritischer geguckt wird, ob das tatsächlich eine positive Alternative ist. Dann, dass die Menschen keine Arbeitsplatzalternative haben, also wir können ja zum Beispiel im Ruhrgebiet sehen, wo sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind in der Kohle- und Stahlindustrie und dass da natürlich, wenn da ein großes Unternehmen schließt, dann die Möglichkeit, gerade wenn man älter ist, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, sehr gering ist und das heißt, dass das eben auch dann eine Motivation ist für die Belegschaft zu sagen, nein, wir wollen diesen Betrieb erhalten. Wir haben festgestellt, dass die Impulsgeber für diesen Prozess häufig die Betriebsräte waren, teilweise mit den Gewerkschaften vor Ort, aber auch teilweise mit Gewerkschaften auf Landesebene. Vereinzelt waren es auch Unternehmer oder Politiker oder wie bei Strikebike, dass es Dritte waren, das heißt, dass da von außen der Impuls gekommen ist, das doch zu versuchen. Ja, wichtig ist eine aktionsorientierte Belegschaft und der Betriebsrat, das heißt, wir haben ja gesehen, dass in manchen Fällen sowas wie Betriebsbesetzungen stattgefunden haben, das eben verhindert worden ist, teilweise sogar, dass die Geschäftsleitung auf das Gelände kommt und da kann man eben, denke ich, wunderbar an dem Beispiel Hattingen, was auch sehr gut dokumentiert ist und eben Antiquariat vielleicht auch noch zu erhalten ist, das Buch, was eigentlich so ein Paradebeispiel dafür ist, dass eben dieses Eigentum geschützt werden muss, weil wenn das weggeht, dann hat man sozusagen eine schlechte Basis für die Weiterführung. Und also in Hattingen wurde eben auch berichtet von dem Kollegen König, der seinerzeit daran beteiligt ist und heute, glaube ich, immer noch davon zehrt von dieser Kampferfahrung, dass eben sie sehr viel gelernt hätten von zum Beispiel der Anti-AKW-Bewegung, also das heißt eben Aktionsformen gemacht haben, die vorher so bei Gewerkschaften eigentlich gar nicht umgesetzt wurden und auch natürlich von anderen Teilen außer Gewerkschaft kritisiert worden sind. Ja, positiv ist auch ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad und das, was ich gerade schon sagte, also die Aktionsform ist sehr wichtig, eben wirklich ein Druckmittel aufzubauen, also eben was wie Besetzen, Blockaden, aber gleichzeitig auch Verhandlungen auf allen Ebenen zu führen und das, denke ich, ist wichtig, dann auch gute Beziehungen zu haben zur Politik oder eben auch zur Öffentlichkeit. Ja, weitere, also interne Faktoren sind eben die Sicherung der Unterlagen und der Maschinen und auch, dass geguckt wird, dass ich dann eben in der Zeit auch das Geschäft weiterführe, weil wenn da erstmal das unterbrochen ist, dann ist es auch schwierig, wieder neue Kunden zu kriegen, das heißt also auch die Kundenakquirierung ist eine wichtige Aufgabe und was häufig bei den Belegschaften wichtig war, ist, dass die Identifikation der Belegschaft mit dem Unternehmen oder mit dem Produkt ja ein sehr wichtiger Faktor ist, zu sagen, ich will hier weiterarbeiten, weil das ist meine Firma, obwohl es ihre Firma im Besitzsinn war und also ich habe mit Sigmar Bender gesprochen, da sage ich, das ist das lebende Bohrwerk, also der identifiziert sich so als Gewerkschafter mit diesem Produkt der Bohrer, das fand ich schon ziemlich faszinierend. Ja, dann, wenn betriebswirtschaftliche Kenntnisse da sind, ist wichtig und das wurde ja vorhin schon mal erwähnt, dass teilweise die Betriebsräte mehr Ahnung haben können, unter Umständen als die Manager, wie man einen Betrieb führt und das haben die Leute auch erlebt, dass sie das können, was sie auch vor sich selber gar nicht zugetraut hatten und ich denke, das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis, die daraus gewonnen werden kann. Ja, klare Entscheidungsstrukturen sind wichtig, also ich sage mal, ein Extrembeispiel wurde genannt, also wenn jetzt jede Kleinigkeit hier diskutiert werden muss, ob wir uns jetzt einen Bleistift anschaffen oder nicht, dann kommen wir hier zu nichts, sondern das ist ein Prozess unter Zeitdruck und da müssen wir uns Strukturen schaffen, um eben auch schnell Entscheidungen zu treffen und Verhandlungen führen zu können. Ja, und dann ein Weiterführungskonzept, das wurde in aller Regel erarbeitet und da ist natürlich wichtig, ein Umfeld zu haben, entweder von Beratung oder Fachleuten innerhalb der Gewerkschaft oder gewerkschaftsnahen Einrichtungen, die ein solches Konzept entwickeln. Wichtig natürlich die Marktlage, das heißt, wenn die Schließung deshalb ist, weil es zu große Konkurrenz gibt, dann ist es eben schwierig, auch mit der Weiterführung, wenn es aber so ist, dass halt die Managemententscheidung und das war in einigen Fällen so, dass die Produktpalette geändert werden sollte zu Massenprodukten, weg von Spezialprodukten und dann nach der Übernahme wieder die Spezialproduktion übernommen worden ist, waren es in der Regel dann sehr erfolgreiche Modelle und zwar bis heute. Ja, die Akquirierung von Aufträgen hatte ich schon genannt. Ja, wichtig ist die Unterstützung durch Gewerkschaften und wir wissen natürlich alle, dass nicht immer in allen Fällen die Gewerkschaft dem positiv gegenübergestanden hat, dass Belegschaften Betriebe übernehmen, aber auch die Politik und da haben wir doch interessante Erkenntnisse sehen können, je nachdem, wo man hinguckt. Also das ist nicht unbedingt abhängig von der Parteizugehörigkeit, ob die Politik solche Projekte unterstützt oder eben nicht. Ja, die externe Beratung war sehr wichtig und natürlich auch, wenn Kredite und Wirkschaften zum Beispiel vom Land gegeben wurden, konnte das auch eine positive Auswirkung haben. In einigen Fällen kann man sagen, dass die Öffentlichkeitsarbeit ein sehr wichtiger Faktor ist, das kann man vor allem bei Strikebikes sehen, die zwar jetzt ihr Ziel letztendlich nicht erreicht haben, aber die Öffentlichkeitsarbeit war sehr gut, also die Medien haben das gut aufgenommen und auch in Hattingen zum Beispiel wurde eine große Öffentlichkeitsarbeit gemacht und vor allem auch die Bevölkerung, der Einzelhandel und so weiter einbezogen und es gab aber zu der Zeit auch einen anderen Journalismus als heute. Das heißt, es gab Journalisten, die sozusagen auch diese Interessen unterstützt haben und das entsprechend in die Medien gebracht haben. Ja, Vernetzung ist sehr wichtig und natürlich die gesellschaftliche Diskussion über Demokratisierung der Wirtschaft, aber auch über Konversion und da haben wir ja gestern schon gehört, dass die Rahmenbedingungen in den 70er, 80er Jahren doch vielleicht etwas, also zumindest in Westdeutschland, davon reden wir ja in den meisten Fällen von den Beispielen, besser waren als heute. Ja, negative Faktoren gibt es natürlich reichlich, auch der größte Faktor, der sicherlich auch in vielen Fällen dazu führt, dass nicht umgesetzt werden kann, ist der hohe Zeitdruck, das heißt, wenn also schnell eine Lösung gefunden werden muss und teilweise ist es eben auch so, dass die Eigentümer, wie gesagt, die Maschinen oder sonst was wegbringen und dann gar keine Grundlage mehr ist für die Weiterführung oder dass es keine Kooperationsbereitschaft gibt von dem Investor oder Inhaber und ein zentrales Problem konnten wir immer wieder feststellen, das sind die Banken, also das heißt zum Beispiel in Chemnitz, denke ich, das ist ein besonders tragisches Beispiel, wo eigentlich alles wunderbar geklappt hat, das heißt, sie haben das erkämpft, die Belegschaft hat es übernommen, der Betrieb ist gut gelaufen, aber so ein Bohrwerk kostet halt 1,5 Millionen, also um eins herzustellen, das heißt, man braucht eine große Geldsumme und dafür gibt es halt keine Finanzinstitutionen, das heißt, man muss zu einer privaten Bank gehen und wenn die dann sagt, nein, wir geben euch das Geld nur unter der Bedingung, dass es kein Belegschaftsbetrieb ist, dann ist damit das Todesurteil gefällt, wenn es da keine Alternative gibt und das konnten wir ja auch in Hattingen sehen, dass da auch letztendlich das am Geld gescheitert ist. Ja, die Unterstützung durch die Politik ist eben auch sehr unterschiedlich und interessant fand ich eben, das war dann auch in Ostdeutschland, dass eben das Projekt erst von der CDU, vom Biedenkopf unterstützt wurde und als dann Regierungswechsel kam, die SPD dann das nicht so wichtig fand und sogar, das hat mich sehr erstaunt, die PDS meinte, dass das keine gute Lösung wäre, wenn ein Betrieb durch eine Belegschaft übernommen Also das heißt, das kenne ich auch aus anderen Projekten, dass da die politische Zugehörigkeit manchmal nicht so relevant ist wie andere Faktoren und vor allem Regierungswechsel sind immer gefährlich, also weil oft die Nachgänger das Gegenteil machen möchten als ihre Vorgänger. Ja und eine zentrale Sache, die sicherlich auch eine große Schwierigkeit oder Herausforderung darstellt, dass es oft sehr aktive Einzelpersonen sind, die es dazu bringen, dass so ein Projekt angegangen und umgesetzt wird und wenn diese Personen wegfallen, aus welchem Grund auch immer, dann kann unter Umständen das ganze Projekt infrage gestellt sein. Ja, wir haben dann auch viel auch untereinander diskutiert, was ist denn eigentlich ein Erfolg von einer Belegschaftsinitiative und ich denke, ja gut, je höher man die Maßstäbe setzt, desto kleiner sind die Erfolge und das heißt, es hängt eben vom Standpunkt des Betrachters ab und wie gesagt, viele Arbeitnehmer sehen jetzt erstmal es für wichtig an, ihre Arbeitsplätze zu erhalten und es wurde auch geäußert, dass selbst wenn man das ein Jahr hinaus zögert, den Arbeitsplatzabbau, ist es schon eigentlich ein Erfolg, aber natürlich ist es besser, wenn es möglichst nachhaltig ist und ein ökonomischer Erfolg damit verbunden ist. Ja, verbesserte Mitbestimmungsmöglichkeiten oder auch, ich würde sagen, bessere Arbeit oder gute Arbeit, das kann in allen möglichen Sachen sich ausdrücken. Ein Beispiel, was mich als Anekdote, sag ich mal, so berührt hat, ist, das ist eine ganz Kleinigkeit, aber ich denke, die zeigt ganz viel, dass von Unna, der das gekauft hat, der Betriebsratsvorsitzende gesagt hat, so, ich habe erstmal für die Arbeiter den Parkplatz asphaltiert, weil vorher war das nur für die Geschäftsleitung. Ja, und das sind natürlich, sag ich mal, keine großartigen Dinge, aber ist Ausdruck auch der Einstellung und des Verhältnisses, die zwischen Belegschaft und Eigentümer besteht. Ja, und ich denke, alle, die gekämpft haben, haben dann auch eine hohe Identifikation und ein gesteigertes Selbstbewusstsein durch die Beteiligung und vor allem, es hat in der Regel immer eine große Politisierung der Beschäftigten, aber nicht nur der, sondern, wenn man das sieht, wie in Hattingen, da ist eine ganze Bevölkerung auf die Straße gegangen, also ich war selbst damals bei so einer Demo mit 10.000 Leuten in Hattingen, also das heißt, es war schon eine öffentliche Diskussion überhaupt über diese Form des Wirtschaftens oder des Arbeitsplatzabbaus. Ja, und wichtig war halt dann auch diese Verknüpfung von Weiterbeschäftigung, aber auch von Qualifizierung, die eben dann als Teil auch der Zukunft des Unternehmens gesehen wurde. Also wenn man heute Diskussionen sieht über Arbeitskräftemangel oder qualifizierte Arbeitskräftemangel, dann wissen wir ja alle, dass Qualifizierung eine sehr große Rolle spielt. Oh, ich soll hier gleich Schluss machen? Bitte? Ja, gut. Also dann verkürze ich das, also nochmal auf die Rolle der Gewerkschaften zurückzukommen. Also wichtig, das ist ja hier schon gesagt worden, ist eben die Anknüpfung an die Aktivitäten der 80er Jahre, also die alten Bücher sind da wirklich sehr erkenntnisreich. Die Aufbereitung der Erfahrungen, das heißt die Sichtbarmachung und das kann halt auf allen möglichen Wegen passieren, aber eben auch Vermittlung von Beratung oder personelle Unterstützung, also das sind jetzt auch alles Sachen, die wir aus den Interviews entwickelt haben und nicht unsere eigenen Dinge, obwohl ich die natürlich teile. Austausch und Vernetzung, also wir haben auch wieder dann Leute getroffen, die gerade dabei sind, so was zu machen und da eben auch die Infos von anderen haben wollten. Ja gut, dann lasse ich es jetzt mal dabei und wir können ja noch diskutieren. Er hat mich gestoppt. Wir haben noch eine kleine Folie vorbereitet für den zukünftigen Forschungsbedarf und da ist so die Feststellung, dass trotz dieser Studie Belegschaftsinitiativen oder Betriebsübernahmen immer noch ein gut gehütetes Geheimnis sind, dass man vor allen Dingen sehr schwer gute Beispiele findet und das hängt unserer Auffassung nach damit zusammen, dass halt Insolvenz bei uns in der Bundesrepublik auch so eine priorisierende Wirkung hat. Also die Firmen, die einmal in so einer Krisensituation waren, erzählen nicht gerne darüber, wie sie wieder da rausgekommen sind, auch wenn das der Betrieb hinterher sozusagen demokratischer geworden ist. Also was wir selber als Forschungsbedarf rauskristallisiert haben, ist die Evaluation dieser ganzen Geschichten auch nochmal eine Zusammenstellung wirklich von Beispielen aus der gewerkschaftsnahen Beratungspraxis, weil das, was wir da uns angeguckt haben, ist, denke ich, wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und was so eine Lernprozessforderung wäre, wo wir auch schon mal länger drüber nachgedacht haben, ist, dass es ja auch gute Beispiele in anderen Ländern der Europäischen Union, in Lateinamerika gibt und dass man auch aus diesen Praxisgeschichten lernen kann. Und auch diese neu diskutierten Fondslösungen oder Mitarbeiterbeteiligungsmodelle wie diese Employee Stock Ownership, ESOP, was jetzt durch die Europäische Kommission geistert, auch das müsste man sich etwas genauer anschauen. Ja, soweit als kleine Ergänzung. Okay, vielen Dank. So hat es jetzt auch mehr als einen Satz. Das ziehen wir euch hinterher dann wieder ab am Ende der Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.